So Freunde, jetzt haben wir das 20er mal 84er oder 84 mal 20er Pack am Start und wir ziehen schon mal N'Golo Kante, 89er Rating, ich weiß nicht, ob die anderen teilweise nicht angezeigt werden, das kann natürlich auch sein, mal gucken, ob wir da jetzt ordentlich SPC-Futter drin haben, bin mal gespannt, also ich bin auch noch selber am überlegen, ob ich auf der RTG es öffne, wir haben jetzt hier ein Pack aus der Community, jawohl, da ist Skierig auf jeden Fall am Start, Kolibani, Rüdiger, Nabri, der war im alten PTG, haben drei Duplikate am Start, da bin ich mal gespannt, okay, also das sind schon viele 84er, okay, Luris rettet noch in Ruti ein bisschen an Rating, aber zu viele 84er oder was ist eure Meinung, schreibt mir gerne eure Meinung in die Kommentare, lasst Liebe da und bis zum nächsten Clip.